Musik 1990 war ich als Sachse auf Goethe-Spuren auf der Reise nach Neapel. Es war meine erste Berührung im August 1990 bis zum Oktober mit dem wunderschönen Land, der Landschaft, der Kunst, der Kultur und der Menschen in Italien. Ich als Sachse. Nun stehe ich 2017 hier vor einem Bild eines Franzosen, der auch in Italien war. Corot. Und wenn ich mir die Ausstellung angucke, dann wird es mir genauso warm ums Herz. Und meine Augen leuchten genauso wie damals im Sommer, wenn ich hier in dieser Ausstellung bin. Go, Trabi, Go war der Anfang, wo ich mich in Italien verliebt habe. Und das hält noch heute. Musik 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 Musik